Ey, ich wollte euch noch erzählen von einem Startup, was ich nötig kennengelernt habe, was ich sehr, sehr cool finde. Nämlich, die heißen Godbag, kommen aus Deutschland und stellen so Rucksäcke und Taschen und so her, aber nicht irgendwie, sondern aus Meeresplastik. Die haben so schon 70 Tonnen Plastik aus dem Meer geholt und ein Teil kommt halt in die ganz normale Recycling-Ketze. Und der benutzbare Part wird halt dafür verwendet, zum Beispiel solche Rucksäcke hierherzustellen oder auch hier so eine Laptop-Tasche oder so oder auch einen Rucksack, warte, den zeige ich euch kurz an. Hier diesen Rucksack gibt es zum Beispiel auch, den finde ich auch echt nice. Ich finde es vor allem echt cool, dass die Girls und Boys sowas auf die Beine gestellt haben. Also, wenn ihr das unterstützenswert findet und wenn ihr Bock auf diese Sachen habt, dann swipe gerne nach oben. Es gibt mit diesem Code 10%. Ey, ich habe euch ja gestern von diesem Startup erzählt, was aus Meeresplastik so verschiedene Taschen, Rucksäcke, so unterschiedliche Sachen herstellt. Dieser Code hier gilt dafür immer noch, also swipe gerne nach oben, wenn ihr das unterstützen wollt.